20, 10 Euro sind schon mal drin, 4 Euro, 5 Euro, 15 Euro, 16 Euro. Aber er ist nicht gleich raus hier. Noch mal plus 2 Euro. Dankeschön. Danke. Ich glaube, das war's. Der kann weg. Ja, kann weg. Ja, bei mir die 10 bitte. Ja, aber schaut nicht so aus. Wie hast du? Und das war's jetzt? Nee. Ja, aber bei 200 kommen die auch keinen. Aber jetzt war's das. Nee, er macht die 10 Euro nochmal. Oh, nochmal auf den letzten. Okay. Aber jetzt. Okay. Nein, der hört nicht auf. Komm, er ist noch die 40 Euro. Jawohl. Ja. Ich weiß nicht. Der meint sich raus jetzt. Ja. Ich denke. Aber war gut. Hm? Aber war gut. Und jetzt hat er die Chance auf 100. Macht er nicht. Ja. Komm, mach irgendwas. Die 10. Das ist ja ärgerlich, gell? Ja. 50. Ja. 7,50 Euro. Das ist mal okay. Oh, 12,50 Euro. Nee. U Performance, 50 Euro. Du kriegst keine 49 Euro. Jetzt muss das nicht wahrnehmen. 80 Auf 80. Oh, 21 Minuten Einsatzpause. Oh Gott, und raus. Ach, die alte. Ach, die alte. Ach, die alte. Schade. Komm, gönnen, Dreyer. Na ja, der hat uns einmal angetäuscht. Was ist das? Nein. Nein. Wahnsinn. Auf plus 20 geht er gleich an. Das sieht aus. Du kriegst 4 Euro. Wahnsinn. Ja. 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 Komm, jetzt Doppel. Ah ja. Ach, das ist doch so klar. Komm, nicht kaputt machen. Er macht es wieder kaputt. Das ist doch so klar. Das ist doch so klar. Das ist doch so klar. Kommt nichts. Kommt gleich mal zwei rein. Ach, das war's. Kommt gleich mal zwei rein. Kommt gleich mal zwei rein. Kommt. Kommt gleich mal zwei rein. 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 Kommt drauf mal zwei rein. Bis zum nächsten Mal.